Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzvideo. Endlich ist es soweit. Der März ist da und damit hoffentlich auch bald bei uns im vergleichsweise kalten Oberbayern. Die Zeit der Morcheln, Lorcheln und Werpeln. Viele dieser beliebten Frühlingspilze erscheinen in den meisten Pilzjahren, nämlich das erste Mal im März. Aber nicht nur Morcheln, Lorcheln und Werpeln können gefunden werden. Auch einige andere Arten gehören zu den typischen Arten im Pilzmonat März. An beides halb ein kleiner Ausblick auf die Arten, die wir im März 2023 erwarten, beziehungsweise die wir im Monat März der vergangenen Jahre immer wieder haben finden können. Alles entscheidend beim Thema Pilze ist natürlich auch im März das Wetter. Während der März 2022 zwar mild, aber viel zu trocken ausgefallen ist, ja und es dennoch zu einem regelrechten Frühstart bei Spitzmorchel, Morchelbecherling und Böhmischer Werpel kam, sieht es 2023 leider eher nach einem langen Spätwinter aus. Gerade deshalb können in den nächsten Wochen vielleicht doch nochmal einige schöne Funde bei den Winterpilzen möglich sein. Auch wenn uns natürlich der echte Frühling mit warmen Regen lieber wäre, so muss man auch die wahrscheinlich letzten echten Winterpilze im Winter 2022-2023 nochmal richtig genießen. Spätestens ab der Monatsmitte sollte es dann aber hoffentlich wirklich soweit sein. Eine Mohnenbecherlinge, Brachbecherlinge, Morchelbecherlinge, Scheibchenlorchel, Spitzmorchel und vielleicht auch schon die ersten Werpeln sollten sich zeigen. Nachdem es im Vorjahr bei uns das erste Mal gleich an den ersten April-Tagen mit Speisemorcheln geklappt hat, scheint auch ein Speisemorchelfund in den letzten Märztagen nicht mehr ausgeschlossen. Ja und so wird es hier richtig spannend. Klappt es vielleicht bei uns mit einer ersten Speisemorchel im März und somit einem Rekordfund? Wir haben uns für den März auf jeden Fall wetterunabhängig vorgenommen, möglichst viele Habitate zu erkunden und werden dabei vor allem nach Eschen Ausschau halten, um die die typischen Morchelanzeiger wie Schuppen und Pestwurz, Schlüsselblume, Seidelbast und Co. erscheinen. Genau diese Habitate werden dann vor allem im April und der ersten Mai-Hälfte gezielt angelaufen und auf Morchelvorkommen geprüft. Mich würde zum Abschluss jetzt interessieren, was sind eure Erwartungen oder Hoffnungen für den Pilzmonat März? Hofft auch ihr im März schon auf die ersten tollen Morchelfunde oder dauert es bei euch eher bis in den April, bis der Frühling mit seinen typischen Arten so richtig durchstartet? Schreibt uns eure Erfahrungen zum Pilzmonat März aus den letzten Jahren gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit den restlichen Eindrücken, von unseren Märzfunden aus den Vorjahren. Ja und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann! Ja. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.